Es ist Feierlohn! Meine Hochzeit. Schwierig zu sagen. Es gibt viele. Ich hier geboren bin. Fabian Schnellart. Oh, auch schwer. Pizza. Spezi. Malediven. Habe ich eins? Weiß ich gar nicht. Letztes Jahr der Klasse beim MSV. Das ist eine gute Frage. Eine sehr, sehr gute Frage. Ja, das ist mein Abschiedsspiel. Daran denk ich mir dann. Ich spiel doch noch zehn Jahre. Wer dich Zeugwart vom MSV war. Ja, das war's. Schnell. 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 Vielen Dank.